Urkommenden Steuergesetze dagegen basieren auf wahren Begebenheiten und sind traurige Realität. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Ein Brötchen mit Ei und zwar schnell, wenn's geht. Hab gleich Finanzausschuss. Novellierung der Abschreibungsregelung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Steuerblablabla. Sehr kompliziert. Hier oder zum Mitnehmen? Zum Mitnehmen. Na, Sie haben doch gesagt zum Mitnehmen. Ja, ich beiß hier rein und nehm es dann mit. Nee, das geht nicht. Entweder oder. Ja, wenn Sie das Brötchen hier essen, handelt es sich steuerrechtlich um ne gastronomische Bewirtung. Muss ich nen vollen Steuersatz von 19% verbuchen. Wenn Sie das mitnehmen, nur den ermäßigten von 7%. Dann nehm ich's mit und ein Milchkaffee. Wie viel Prozent? Steuer- oder Fettanteil? Milchanteil. Wenn der Kaffee einen Milchanteil von mehr als 75% hat, handelt es sich steuerrechtlich gar nicht mehr um ein Getränk. Und was ist es dann, eine Kuh? Wer macht denn die Steuergesetze? Sie oder ich? Okay. Dann hätt ich gerne genau 75,1% Milchanteil. Okay. 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 So, dann müsste ich noch wissen, ob der Kaffee auch zum Mitnehmen ist. Ich nehme ihn mit. Das ist ja alles seine Richtigkeit, Herr. Dann kriege ich 5,65 Euro, bitte. Danke. Oh. Das ist alles schlecht. Ah, das soll gut. Können Sie anders abschreiben? Nee, mit sowas kann man sich vergiften. Muss ich stornieren und einen neuen Steuersatz berechnen. Und wo ist der Stornoschlüssel? Ich werde noch geisteskrank. Haben Sie Glück? Psychotherapien sind von der Mehrwertsteuere frei. Oh, wie war da hier? Das ist dann gekalte.